es gibt ja weitere mini spiele oder so hier sind irgendwo ist irgendwo der letzte vogel ich weiß nicht wie man da durchkommen ich weiß es hat wirklich kein mieter so anders nein so erst rechtlich so ja jetzt ich habe so sieben muss halt echt überlegen halt wo das ist jetzt hier der letzte voge wahrscheinlich irgendwo einfach klar ist ja random aber klar ist ja wenn wir sind so falsch ausgedrückt aber das ist ja logisch muss ich einsammeln haben die aber auch gut gemacht also jetzt mal ernsthaft denn das schon gut zugebaut dass du nicht direkt der runterfallen also ich mit dieser stelle habe ich es halt wirklich so ne ich gehe einfach mal hier lang guck mal ob ich hier den letzten vogel irgendwo sehe der muss ja irgendwo sein letztendlich wo bist du aus äh d d d d wenn man hier lang vielleicht ist er hier irgendwo soll ich jetzt hierauf springen vielleicht will er da irgendwo auf was schießen ist komisch kann er denn nicht sein wahrscheinlich nicht hier unten muss ich jetzt irgendwie muss er immer so rumdrehen so weit wie gesagt vielleicht kaputt ist ich finde ihn nicht tut mir wirklich leid so ich will jetzt nicht um die zeit damit verbeugen ich meine unnötig ist es an sich nicht aber ich kann es euch beim besten wenig sagen also ich finde in diesem vogel nicht leider ich bin ich jetzt schon voll machen hier gehen wir einfach mal weiter und wirklich leider nicht in der sie finden konnte also scheinbar mögliche Letzten lieben versteckt zu sein so mehr versteckt zu sein wo geht's los äh ach so nichts geht über Teamwork los komm mit beste Pfote zuerst ich bin hinter dir ehrlich ich dachte schon und mit und mit und mit ich bin auf her ach du meine gute es wird ja irgendwie einer krass gegen gegen gehämmert oder so dass es eingebeuteln ist wir gehen erst mal hier hoch ich war den raum hier klären dann ganz losgehen war mit dem schweren sachen ich meine ich ja wenn wir jetzt direkt zu den rätseln gegangen hätten wir dieses werkzeug hat einfach null gehabt so okay das war es leider schon voll gemacht so muss keiner weg gehen das ist gar kein problem im prinzip ist halt wirklich gar kein problem sie sind nicht K schon weiter ich habe ich gerade nur durch Zufall gesehen das habe ich früher nicht gesehen gehabt tatsächlich Nice 12 von 30 also wir sind relativ gut dabei ich weiß nicht wie viel jetzt noch kommt aber ich denke also bis jetzt denke ich dass wir relativ gut noch dabei sind ich hoffe es natürlich auch ok kommt er da auch rüber ist schon mal was ist ja gut dass er da gelaufen ist weil es haben wir gesehen dass da oben doch was ist genau da über die leiter okay die musik alter da Voll krass. Ich kriege übelst... Alter, was ist der? Ich finde die mega heftig, die Musik. Gehen wir mal weiter. Also vom Sound her ist das Spiel echt geil. Äh, fehlen wir da jetzt einen Bär? Ne. Das hier war's, das hier war's. Das hier, das hier, das hier, das hier, und das hier. Nein, so schwer ist das jetzt gar nicht. Band? Nein. Ich meine, das kann man auch so losen, das ist jetzt nicht so weit der schwersten. Okay. Ich muss jetzt mal echt überlegen, so. So, der, 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 der auf keinen Fall, weil er ist ausgegangen, so. Mano, Gromit, warum läufst du denn so? Weil ich kann ja auch nicht meine Schuld sein, muss ja Gromit, schuld sein, so. Hat mir den schon? Ja. So. 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 Vielleicht jetzt dazu? Nee. Bei dem Prinzip ist das so mega einfach, oder? Ich brauche ich jetzt gerade so lange. den hier den hier die dann den da sie ist so aufgelistet oder so mit dem pappagei wow alter ich brauche dafür so mega lange tut mir jetzt leid zu aber ich denke dass ich so mega rätsel ist so was wie sie ja die neue ist so gut mega cool oder oben hörte sich jetzt schon nicht geil an für uns ja mama jungen machen wir mal jungen so hoch da drück den da ach so sind wege mal was halt so so geil ist cool ok weiter gehts let's hier und hier und hier hier wird sie ein bisschen komplizierter denke ich hier hier jetzt wird es um einiges schwerer hast geschafft hier in kann ich mir die nehmen, oder was? Hm, okay, dann nicht. Ne, irgendwo ne Fackel. Ich weiß noch nicht, wie ich ne Fackel jetzt nehme. Das ist so komisch. Alles in Ordnung? Das ist so komisch. Das ist so komisch. Alles in Ordnung? Hm. So, kurz Black Screen. Was ist da einfach mal heller? Weil ich wüsste tatsächlich nicht, wo ich das herbekomme. Äh, sowieso ist mir ernsthaft. Also, ähm, dass man Sachen erhöhen kann. Ist mir event, äh, heller macht, ist mir eventuell auch schon in den Sinn gekommen, ja. Aber, äh, wie man das jetzt genau macht, ja. Ja, das ist, äh, so ne andere Sache, ja. Ja. Ja.